Der Plan, eine Schiffsreise ins Paradies. Der Erfolg, die Hölle auf Erden. Kapitän William Bly drangsaliert seine Crew. Glaub bloß nicht, dass ich nur drohe, diese Peitsche, die ist echt. Erwischte ich einen, faul in seiner Kohl, dem geht es, war nicht schlecht. Ihr dort drüben habt ihr schon bewiesen, dass ihr nur die Sprache versteht. Ein Lutzendliebe werden wohl genügend, damit euch eure Faulheit vergeht. Wollt ihr mehr, dann sagt es jetzt, dann streike ich euch das Essen. Werde auch nicht mehr für uns, wer wird das Ball vergessen. Offizier Fletcher Christian und die Mannschaft kämpfen um Freiheit. Warum muss ich dich trennen? Mein Leben schon, wir zerstören, verrichten lassen. Nach meinem Kohl kann ich nun werden. Alles in der Zukunft. Und verändern ihr Leben für immer. Meuterei of the Bounty.